Der schwedische Springreiter Douglas Lindelöf hat beim internationalen Reitturnier in Wiesbaden den Preis von Hessen gewonnen. Er blieb auf seinem Pferd Sacramento im Stechen in einer Zeit von 43,86 Sekunden fehlerfrei. Zweiter wurde der im belgischen Mechellen lebende Daniel Deusser mit Cassini Bay 0,44,96. Rang 3 ging an den ihren Dennis Lynch mit Fairview Aliquidam 0,45,23. Punkt. Zweitbester Deutscher wurde Christoph Brüse-Wachberg mit Flying Wonder auf Rang 5 0,47,03. Punkt. Zweitbester